Ja, wieder los und die Vorländer übernehmen die Führung. Ja, 2.50 Euro. Das ist die Ratschung der Vorländer. Die Ratschung der Ratschung der Ratschung der Ratschung. Die Ratschung der Ratschung auf Klasse zu der Ratschung. Zielen vorbei. Und sind jetzt hier vorne mit dabei. Eieiei, das gibt's doch gar nicht. Die Haube ist auf. Die Haube ist auf. Bei der Ratschung der Ratschung. Die Ratschung der Ratschung. Und der Ratschung der Ratschung. Zielen vorbei. Bei der Ratschung der Ratschung. Boteu aufgeflogen bei der Ratschung der Ratschung. Und dadurch zu viel eingelangt. Dadurch die Führung verloren wird. Es geht weiter. Die Ratschung sind vorne. Höchstens die Wäldern auf der Zung. Die Ratschung der 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 Er kommt der 3, auf der 4. Platz gehen noch einmal! Zwei Favoriten sind ausgeschieden in den Vorländern. Nicht mehr mit dabei, mit Marce Max. Und auch die Erstkupfende sind nicht mehr dabei. Die Rennrattin gewinnt vor Wrestling. Die Kanus auf Platz 3 im Finale, Die Rennrate mit dem zweiten Wagen auf vier im Finale. Und der fünfte Platz geht an Daniel Wächter von den Black Sharks. Auch er ist im Finale.